Hallo ihr Jedi Meisterinnen und Jedi Meister da draußen und herzlich willkommen zu dieser neuen LEGO Star Wars Review. Jetzt würde ich aber sagen, steigen wir erst mal fresh mit der neuen Set Review ein und zwar mit dem Amorous Mandalorian Forge. Ein kleines Set mit exklusiven Minifiguren zu The Mandalorian. The Mandalorian glaube ich gerade das was bei Star Wars wirklich läuft und deswegen schauen wir doch mal rein ob das Set etwas taugt und los. Ja und damit herzlich willkommen im Review zum The Amorous Mandalorian Forge Set. Ein Set auf dass ich mich wirklich gefreut habe, vor allem natürlich wegen der Figuren, wie leider so oft in der Welle sind die Figuren nämlich besser als der Build selbst, was schade ist wenn man sich als Sammler ein cooles Modell ins Regal stellen will und das dann nicht so cool ist. Das trifft jetzt auf dieses Set weniger zu, da es ja auch ein kleines 30 Euro Set ist und man dementsprechend jetzt auch kein riesen Build erwartet. Als erstes hätten wir da Pass Wizzler vom Wizzler Clan, wie man auch unscheinbar schwer an dem Print auf diesem Schulterteil erkennen kann, das wir auch von Wrecker kennen. Die Farbe ist natürlich etwas zu bright für die Vorlage, aber ich glaube eine bessere Farbe als Sandblau hat Lego dafür nicht, dementsprechend gut getroffen. Die Prints auf den Beinen gefallen mir sehr, sehr gut Torso auch, geht wunderbar in der Schulterteil über. Die Waffe ist auch ein netter Bild. Der Rucksack oder das Jetpack überzeugt mich jetzt nicht so, vor allem mit dem Gelb drin, ist mir ein bisschen zu bright und ja, ich finde man sieht auch nicht wirklich, dass es ein Jetpack ist. Klar, das ist heavy, sie konnten nicht das normale Jetpack-Teil verwenden, aber ja eher suboptimale Lösungen. Das könnt ihr auch ganz einfach abnehmen, dass es nur an diesem Bracket eben befestigt und ihr könnt, wenn ihr wollt, die Waffe auch so anbringen. Und ich zeige euch ihnen jetzt mal noch, ohne dieses Rüstungsteil. So sieht der Torso ohne Rüstung aus, auch schöne Rückenbedruckung. Gefällt mir wirklich gut. Insgesamt eine sehr gute Figur und falls ich es vergessen habe zu zeigen, haben wir wie immer natürlich einen schwarzen Kopf. Als nächstes haben wir die Armour selber, was für mich fast schon das Highlight des Sets ist. Auf die habe ich mich wirklich gefreut. Der Helm ist der gleiche Mold, wie der für Gas Saxon, heißt er so. Falls ich es gerade falsch gesagt habe, sorry. Ihr wisst auf jeden Fall, der Rote aus der Mandalorian Starfighter. Ja, sehr gute Prints. Auch hier für die Beine bin ich sehr zufrieden. Was ich schade finde, ist, dass das Feldteil nur aufgedruckt ist. Das hätte ihr als Accessoire, als Stoffcape auch gut gestanden. Der Helm sieht gut aus, ist von den Hörnern aber wahrscheinlich ein bisschen zu groß. Aber ich verstehe es, es wäre sehr viel Aufwand gewesen, dafür nochmal einen neuen Mold zu machen. Ich bin zufrieden mit ihr als Minifigur. Sie hat natürlich keinen Kopf, kommt mit dem Hammer und diesem Greifteil. Die wären natürlich auch irgendwie in Metallic Silver cool gewesen, weil sie ja, meine ich, in der Serie auch so sind. Aber ansonsten wirklich coole Figuren. Ja, als letztes haben wir hier Mando himself. Diese Variante kennen wir so oder so ähnlich von den Prints genauso. Schon aus dem Trouble of Tatooine Set und auch der Slave 1, die in dieser Welle erschienen ist mit dem Armprint, was sehr, sehr schön ist. Ich war ja schon immer nicht ganz d'accord, warum sie die Beskar-Farbe jetzt auf dieses Flat Silver gewechselt haben, anstatt das Gunmetal Grey, was sie am Anfang hatten. Und was jetzt verwunderlich ist, wir haben jetzt das erste Mal das Jetpack dabei in diesem Set und das ist ein Gunmetal Grey. Und das finde ich inkonstant, weil es hat ganz klar die gleiche Farbe wie der Helm und der Rest. Also es hätte, wenn dann, auch Flat Silver sein müssen, meiner Ansicht nach, auch wieder kein Kopfprint. Auch das hätte ich langsam erwartet bei Pietro Pascal, dass wir diesen Print bekommen. Hätte er die Figur auch nochmal aufgewertet für die Leute, die die anderen Setschen haben. Und auch der Helm-Mode, mir fehlt hier ganz klar die Mittellinie eben, die über den Helm läuft. Und ja, leider, leider ist eine sehr gute Figur, versteht mich nicht falsch, aber werden da komische Dinge gemacht. Und jetzt hat er das Cape auch nicht dabei. Also, hm. Kommen wir jetzt zum Set selber, mit dem ich leider auch ein paar Issues habe. Fängt direkt bei diesem blauen Pin hier oben an. Wenn ihr denkt, ja, ist ja nur einer, ich zeige euch nachher mal noch die andere Seite. Fangen wir jetzt aber erstmal mit den positiven Sachen an. Ihr habt hier den Schmelzofen, das hier rum sind Sticker, schwierig aufzubringen und zu allein. Die Idee mit dem Candle-Teil in Medium Blue ist es, glaube ich, oder Light Blue, finde ich toll. Ihr könnt das hier rausnehmen und habt dann hier, ja, Beskar. Es ist eigentlich nur eins drin, aber es gibt noch ein Ersatzteil und das habe ich einfach mit reingepackt. Sehr schade, dass es hier nur die normalen Goldbarren-Pieces sind und nicht, äh, mit dem Imperial-Logo bedrückte Flat Silver Tiles. Das hätte mir besser gefallen. Auch hier wieder Gunmetal-Grey fürs Beskar, aber Manlu selber das Flat Silver macht in meinen Augen wenig Sinn. Ähm, was ich auch schade finde, ist, ihr könnt es nur so halblebig da reinstellen, weil, ja, diese runden, äh, äh, Stuts verhindern, dass man das Probably hinstellt und das stört mich. Ihr seht hier schon die erwähnte Farbseuche, die ich meinte. Die Haupt ist ansonsten ganz nett gebaut. Kann man sich nicht beschweren. Außenrum sind Clips noch für Werkzeug. Ihr könnt diesen ganzen Bereich auch detachen und das ist natürlich der Tisch, wo sie handeln und die berühmte This-is-the-way-Scene und genau. Hier gibt's noch ein Geheimversteck. Da könntet ihr noch was reinmachen in diesen Tisch. Ein Blaster oder ähnliches mit zwei Sitzen. Soweit ganz nett. Kommen wir zum Rest. Das hier ist relativ fest miteinander verankert. Die Hinges hier könnten den Eindruck erwecken. Man kann es bewegen, ist aber drunter mit so schwarzen Teilen gefixt. Hier haben wir noch eine Apparatur auch für das BESCA. Ich denke, das ist die Apparatur, wo sie das Siegel macht. Sowas wie ein Schweißbrenner. Das sind zwei Sticker. Was ich hervorheben möchte, ist dieser Print auf diesem Round-Teil. Sehr, sehr cool und exklusiv. Hier seht ihr dann noch eine Stickerauswahl. Auch das hier. Übrigens ein Print. Das ist sogar zweimal dabei als Ersatzteil. Und das hier zwei Sticker. Und hier ist noch ein Helm dabei, der keinen Print hat. Auch ein exklusiver Part für dieses Set. Ansonsten, ihr habt hier noch ein Besen dabei. Ihr könnt diesen Schrank hier komplett rausnehmen. Hier drunter ist Stauraum. Drinnen sind zwei bedruckte Thermaldetonatoren. Die kennt ihr auch aus etlichen Sets schon. Da seht ihr sie nochmal. Zwei Stück. Hier drin. Und eine Waffe in Flatsilber. Hier drin befindet sich noch ein Sticker mit dem Werkzeug des Armourers. Oder der Armourer. Ist ja eine Frau. Das war es im Großen und Ganzen auch von dem, was ihr bekommt. In allem kein besonders herausstehendes oder gutes Set. Aber die Figuren wissen zu überzeugen. Zwei exklusive Figuren in einem 30-Euro-Set. Mit dieser Qualität sind Star Wars typisch wirklich gut. Normalerweise würden wir für so ein Set mindestens 60, 70 Euro zahlen, wo wir zwei so Figuren kriegen. Man erinnert sich an die Razer Quest, wo alle The Child haben wollten. Und Reef Karga. Und IG-11. Das aber nur ein Print war. Wie gesagt, alles in allem ein nettes Set. Wenn man mehrere davon kauft, könnte man wahrscheinlich sogar eine richtige Forge daraus bauen. Ob es sich lohnt, ist die andere Frage. Oder ob man einfach auf Brickling sich Steine bestellt und selber noch was draus macht. Ich kann das Set auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Wartet aber ein bisschen. Das geht bestimmt bis auf die 20 Euro runter. Und dann denke ich, ist das ein guter Deal, das Set. Ja, das war es dann auch von diesem Review. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert mich, um nichts mehr zu verpassen. Ich sage das nicht oft, aber es würde in meinem Kanal wirklich enorm helfen, zu wachsen. Und ja, wenn ich bessere Resonanz bekomme, dann habe ich natürlich auch mehr Motivation, Videos rauszuhauen. Weil ich sehe, okay, es gibt Leute, die haben Bock drauf. Ansonsten ist auch erster Link in der Videobeschreibung wie immer mein Instagram verlinkt. Da könnt ihr mir folgen für aktuelle Updates. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Bis dann, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen. Ciao! Outro